Wenn ihr euch heute entscheidet, fängt für euch morgen ein neues Leben an. Mein Feedback zum Coaching von Philipp und seinem Team. Wie ihr seht, mache ich das in bester Kulisse heute. Ich halte mich einfach ganz kurz. Überlegt nicht so lange. Wenn euer Bauchgefühl sagt ja, dann macht's. Mein Bauchgefühl hat ja gesagt und das war die richtige Entscheidung. Und das Einzige, was mich zurückgehalten hätte, wäre meine Angst gewesen, einen Fehler zu machen. Und ich wäre keinen Schritt weiter als damals. Und ich bin froh, dass ich weitergegangen bin. Und ich habe so viele neue Perspektiven bekommen, vor denen ich vor ein paar Monaten noch nie gedacht hätte, dass das eine Perspektive in meinem Leben hätte sein können. Und ich habe unglaublich viel dazugelernt. Es ist ein unglaublich tolles Team. Auch der Philipp hat ein wirklich richtig echtes Interesse, uns zu helfen und ist da. Und es gibt keine blöden Fragen. Es gibt, egal wie oft eine Frage auftaucht sie, es ist nie schlimm, wenn sie beim 30. Mal auftaucht. Und der Philipp erklärt es auch das 100. Mal. Und das ganze Team und die Gruppe auch sind wirklich ein tolles Team und eine tolle Gruppe, die einen unterstützen. Und ja, ihr könnt nicht alles von einem Tag auf den anderen. Und ja, es gibt einige Hürden. Das stimmt. Aber ihr werdet jeden Tag besser. Und ihr seid heute besser wie gestern und morgen besser wie heute. Und der beste Spruch von Philipp ist jetzt auch mein Motto geworden. Was du einmal schaffst, schaffst du 10 Mal. Und was du 10 Mal schaffst, schaffst du 100 Mal. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn euer Bauchgefühl Ja sagt, dann kennt ihr die Antwort doch schon längst. Auf was wartet ihr denn dann noch? Dass euch jemand anderes das noch bestätigt. Und wenn euer Bauchgefühl sagt, nee, das ist nichts für mich. Wenn dem so wäre, dann wärt ihr schon gar nicht mehr in der Gruppe Passives Einkommen. Ihr werdet schon lange rausgegangen und ihr hättet schon längst was anderes. Eure Aufmerksamkeit einem anderen Thema gewidmet. Ihr würdet doch gar nicht weiter in dieser Gruppe sein. Ihr würdet gar nicht weiter lesen. Und ihr würdet auch nicht ständig dieses Thema vor euch hertragen. Und hättet ihr euch vor einem halben Jahr einfach zu diesem Schritt entschieden, dann werdet ihr schon an einem ganz, ganz anderen Punkt, an dem ihr immer noch seid oder noch ein Jahr schon. Ich weiß nicht, wie lange ihr das schon macht und vor euch herschiebt. Es ist nur Geld. Ich habe die Entscheidung getroffen und ab der Sekunde, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war mir das Geld sowas von egal. Und ich habe seitdem nicht eine Sekunde bereut. Und komischerweise hat mein Konto sich auf ganz eigene Weise, ohne dass ich, das hatte nichts mit dem Coaching zu tun, sich einfach von alleine wieder gefüllt. Also das war einfach ein gutes Invest und ein Invest in euch. Und alles, was ihr investiert, was euch persönlich weiterbringt und euch Fortschritt gibt, macht es einfach. Sagt Ja zu euch und traut euch. Und danke an das Team. Danke Philipp auch für die vielen, vielen tollen Motivationen und das ganze Mindset. Ja, vielen, vielen Dank. Und es ist echt toll, dich kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, wir bleiben auch alle noch in Kontakt und dass man immer weiter sich miteinander vernetzt. Ja, und wie ihr seht also, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht es euch schön. Und wie gesagt, wenn ihr euch heute entscheidet, fängt es euch morgen ein neues Leben an. Bis dann.